Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, euer Xander ist wieder back am Start und ja, ein weiteres Tutorial vom NPC-Changer und zwar diesmal geht es nicht darum simpel irgendwelche KIs zu installieren, nein, nein, dieses Video richte ich an euch Modder und zwar wir bauen jetzt gemeinsam eine KI um in dieses ziemlich nice, coole Format. Klingt das schon mal ziemlich geil, oder? Das machen wir jetzt gemeinsam, es geht richtig ins Eingemachte und ja, würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. Ich habe hier einen Testkandidaten, den Richard und ich habe den Richard schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das heißt ich habe schon mal den Ordner AIV, wo halt die Burg drin ist, in dem Fall ist Kai Dutz Efficient Castles, die halt so aussieht, nimmt einfach diese Namen, die da drin sind, dann habt ihr kein Problem. Das Programm sortiert es automatisch um, weil Richard hat da zum Beispiel eigentlich hier Taunting, oh, jetzt wollte ich das eigentlich nicht starten, verzeihen, Berichert. Und ja, und beim Speech habe ich auch alles schon soweit abgewandelt, wenn er es lädt. Lade. Okay, es stürzt ab, cool. Windows, ich liebe dich, ah ne, ich habe noch geladen, Spaß. Also hier erst mit AI abgekürzt, sogar auch die Message, also generell auch mit AI abkürzen, wichtig, komme ich aber später noch zu, warum. Das ist zuerst mal meine Vorbereitung, ich glaube, das brauche ich nicht weiter drauf eingehen, warum man jetzt, wie man das machen kann. Das ist einfach Copy-Paste aus dem Vanilla-Setup, in dem Fall halt aus diesem Spiel hier, hier sind die Binks zu finden, einfach kopiert. Und hier unter FX, unter Speech, habe ich halt die Richard rauskopiert und habe dann halt generell Message 30 genommen und dann passt das. Gut, und AIV habe ich dann halt aus dem Patcher. Ich sage mal, das ist auch ein bisschen kleintunig, aber ihr wisst eigentlich, was gemeint ist. Ich denke mal, alle Leute, die sich das anschauen, die haben da schon ein bisschen Erfahrung. Alles klar. So, wir wollen den Richard in dieses Format hier bringen. Das ist jetzt hier mein Commander. Der ist schon in diesem Format, wo auch alles soweit funktioniert. Und da seht ihr ein paar mehr Dateien. Und ich zeige euch jetzt, wie wir einzeln diese Dateien alle machen. Macht euch da wirklich keine Sorge. Das kriegen wir alles hin. Dafür machen wir das jetzt. Gut. Ich würde mal sagen, wir fahren mit dem einfachen Part an. Und ihr seht ja, hier sind so verschiedene Bilder drin. Die ziehen wir uns jetzt einfach mal. So. Dazu öffnen wir ein cooles Programm. Das verlinke ich auch gerne unten. Und zwar, das ist die Image-Toolbox. Image-Toolbox. Da müsst ihr als allererstes erstmal den Dateifad von Storytrucader wählen. In dem Fall, wo die sogenannten GM-Dateien drin sind. Das ist dann halt diese Datei. Iconface 2. Die suchen wir. So. Also, scrolle ich jetzt mal in dem Fall runter. Die sind auch hier drin, weil ich den Ordner halt ausgewählt habe. Na, hat nichts. Ihr könnt aber einfach so die Datei laden. Okay, cool. Jetzt seht ihr hier ein Batzen von Dingen. Ich gehe das mal Schritt für Schritt, damit auch alle Leute verstehen, was man eigentlich machen muss. So. Also, wir haben jetzt hier einen Richard. Den editieren wir jetzt mal. Gehen wir auf Next Save. Jetzt gehen wir mal hier auf, wo ich ihn unter gespeichert habe. Storytrucader. SHC-Data. NPC-Changer. Richard. Und den nehmen wir jetzt einfach mal Richard. Das ist jetzt die, wenn man hier sehen kann, die 72x72-Version. Speiern wir das mal. Okay. Nice. Also hier sieht er 72x72. So. So machen wir bei 72. Seit die normale Version. Es gibt noch einen kleinen Richard. Wir brauchen beide. Ich kläre auch gleich, warum. Das brauchen wir jetzt in-game alles. Edit. Next Save. Kann ich einen Richard nehmen. Und der wird einfach unterstrich small genannt. Ups. Oh Mann. Ich habe das wieder heute schon mal aufnehmen müssen, weil ihm den Fehler unterlaufen ist. Cool. Ich habe ihn aber gefixt. Also, jetzt weiß ich, warum das liegt. Kei auch halb. So. Also, diese Image-Toolbox braucht ihr, um das erst mal rauszukommen. Ich denke mal, die meisten haben so Mod-Ordner und die meisten, die eigene Mod-Pakete erstellen, nutzen das. Zur Info, Mod-Pakete braucht ihr nicht mehr. Das könnt ihr alles in die Tonne werfen. Cool. Weil ich stelle meine eigene Mod-Pakete. Cool, oder? Richtig nice. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind noch nicht ganz ausgereift. Darauf gehe ich ein. Das sind so ein paar. Das schiebe ich mal zur Seite. Falls wir es noch brauchen. Ich denke aber mal nicht. So. Jetzt haben wir hier zwei BMPs. So. Gleich was mit dem Commander. Hm. Den haben wir hier. Wieso minimiere ich den nicht einfach hier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also. Jetzt sehen wir hier, da sind zwei sogenannte TGX-Dateien. Die TGX-Dateien sind sinnvoll. Das Coole ist aber, dass in den Mod-Files, wenn ihr auf den Mod-Files-Ordner klickt, die TGX-Dateien schon dabei ist. Also es wird dann so aussehen. Ihr habt die 1.4. Hier den MPC-Stell und habe ich hier die Mod-Files drin. So. Ich kann auch einfach das Setup nehmen, wo die tatsächlichen Sachen drin sind. Das ist glaube ich etwas übersichtlicher. Ich öffne eben ganz kurz das Setup, womit wir gleich arbeiten. Das ist eigentlich besser. Sekunde. Ähm. V-I-Verstellungen. Setups. LPC-Changer. Genau. Hier sind die Mod-Files. Wichtig. Die Mod-Files müssen in dem Stronger Crusader Setup sein. Sonst sagt der Patcher, wenn wir den starten, äh äh. Funktioniert nicht. Mir fehlt da was. In dem Fall die Mod-Files. Die müssen hier drin sein. Und die werden auch geladen. Also. Wenn ihr in die Mod-Files reingeht, dann seht ihr hier ganz viele Sachen. Die ganzen Bots. So. Die sind schon normale drin. Ein paar andere Sachen. So. Jetzt hat der schöne 2.tgx-Dateien schon erstellt. Die nehmen wir uns jetzt einfach mal raus. So. Cool. Was machen wir damit jetzt? Die brauchen wir nämlich, um das im Gain anzeigen zu lassen. Jetzt gehen wir wieder auf die Toolbox. Auf die Image-Toolbox. Hup. So. Öffnen diese Datei. In dem Fall jetzt hier die Black. TXT. Open. Jetzt seht ihr hier ein schwarzes Bild. Hat ein Grund, warum es schwarz ist. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Gibt euch noch eine andere Möglichkeit, die aber bescheuert ist. Gehen auf Next Injects. Gehen auf Richard. Gehen auf Mucken. Und auf Apply. Cool. Öffnen das nächste. Black Small. Öffnen. Next Inject. Gehen auf Richard Small. Weil es hier die kleine Version ist. Und Apply. Cool. Jetzt können wir das nochmal öffnen, überprüfen, ob das überhaupt richtig ist. Muss man überprüfen, weil jetzt sieht man das halt. Aha. Richard ist drin. Cool. Check. Ah. Sorry. M Open. Nehmen wir noch den Small. Richard ist drin. Cool. Nice. Warum habe ich das jetzt also so kompliziert gemacht? Es gibt noch ein Programm, das ist ein BMP-to-TGX-Converter. Und dieses Programm hat ein Problem, weil wenn ihr dann eine BMP als eine TGX umformatiert, ist das Bild so oder so schwarz. Und das müsst ihr eh nochmal nacharbeiten. Dementsprechend könnt ihr so oder so gleich die schwarzen Dinger nehmen. Weil das Programm es eh schwarz rauswirft. Deswegen nutzt einfach die Image-Toolbox. Verlinke ich euch auch unten in die Videobeschreibung, wo ihr das runterladen könnt. Genau. Jetzt haben wir schon mal die Bilder. Jetzt bedenken wir das wieder genauso um wie vorher. Statt Black steht jetzt einfach Richard. Die Namen sind wichtig, weil er mit den Namen alles raus sucht, was es gibt. Sehr simpel gelöst, aber effizient. Gibt wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten. Aber momentan ist das so, die ist der Weg, wie es funktioniert. So, gucken wir uns nochmal den Commander an. Was fehlt uns jetzt als nächstes? Äh, habe ich den jetzt geschlossen? Wahrscheinlich habe ich den geschlossen, ne? Na gut, egal. Gucken wir uns hier im Bot an. Der Commander. Der funktioniert auch so weit. Alles gut. Wir brauchen jetzt noch die beiden JSON-Dateien. Wie kriegen wir jetzt die JSON-Dateien? Also, wenn ich jetzt mal hier... Ich habe ein extra Setup erstellt. Ähm... Nein, falsch. Äh... Vorstellungen und hier ist mein... Ich habe einfach noch meinen Patcher nochmal extra runtergeladen. Und jetzt starten wir die Patcher. Cool. Weiter. So, ich habe jetzt hier eine AEC genommen. In dem Fall die verwende ich. Ne? Und Startup halt standardmäßig Vanilla. Ihr könnt die exportieren. Export, dann heißt es halt erfolgreich exportiert. Cool. Nice. Jetzt habe ich alles, was wir brauchen. Das können wir jetzt schließen. Ressourcen. Ich fange jetzt einfach mal mit den Truppen an. Sorry. Trupps. Exports. Man seht halt hier, das können wir glaube ich löschen. Das ist die richtige. Das öffnen wir jetzt. Und jetzt seht ihr hier, dass ja 16 KIs drinne sind. Brauchen wir alles nicht. Können wir alles wegkicken. Brauchen wir das nicht. Das kommt bis hier hin weg. Müssen wir ein bisschen gucken, ob das vor der Formatierung halt passt. Genau. So, macht es also. Okay, cool. Und jetzt diesen Kammer brauchen wir auch nicht mehr. So. Achtet einfach, dass das so ungefähr aussieht. Ich glaube, mir fehlt sogar noch eine Klammer. Sekunde. Ich muss ganz was korrigieren. Gut, ich gell mich jetzt schon ein bisschen mehr damit aus. Also im Endeffekt drei Klammer müssen hier sein. Hier eine Klammer, so damit das funktioniert. Jetzt saven wir das Ganze. Einfach das JSON-Format. So, sieht dann so aus. Jetzt haben wir die einzelne Datei. Oh, jetzt habe ich das sogar als Vanilla gesaved. Egal, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist ja nämlich die Richard. Kopieren wir das. Fügen das hier ein. Das nochmal überprüfen, ob das die richtige ist. Ja, die sieht richtig aus. Jetzt nennen wir das um. Ganz simpel. Richard. Unterstich. Ups. Wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt einfach eine andere KI an. Da ist ja schon alles richtig formatiert. Da steht es auch. Kopiert es dann einfach. Cool. Alles klar. Jetzt die IC. IC ist ein bisschen heimtypischer. Da müsst ihr mich ein paar Sachen beachten. Ich nehme jetzt diese IC hier. Und speichere sie erstmal neu ab. Das habe ich ja gerade im Verkehrs gemacht. Also. Save. Save as. Und dann gehe ich hier auf Richard. Alles weg. Zu Richard. So. Die ganze Beschreibung. Löscht sie einfach raus. Löscht sie einfach raus. Damit werdet ihr nur Probleme bekommen. Löscht sie einfach raus. Zack. Mal gucken. Halt schrumm. Aha. Jetzt funktioniert das. Löscht sie einfach raus. So. Jetzt geht er zur Ratte. Das wird alles gelöscht. Ihr braucht ja nicht die Ratte. Ihr braucht den Richard. Saladin. Ich glaube das müsste Richard sein. Genau. Geht immer bis zum Komma. Dann löscht ihr das einfach entspannt raus. Wenn er irgendwas will. Dann löscht es einfach mit. Und unten könnt ihr einfach vom Komma her einfach komplett alles löschen. Bis auf. Wichtig. Es müssen ein paar Klammern stehen da. Ich nehme meine letzte Klammer weg. Oh. Okay. So dass hier unten vier Klammern sind. Wichtig ist, dass hier so eine Klammer ist. Und die vier so aussehen. So. Jetzt sieht das soweit erstmal korrekt aus. Ha. Saven wir das. Cool. Haben wir das auch schon mal. Nehmen wir die Richard Jason. Fügen das hier ein. Jetzt haben wir eine einzelne Jason. Und eine Troops Datei. Wie sehen wir das? Gucken wir uns nochmal den Commander an. Was muss ich jetzt noch tun? Okay. Es gibt hier so eine Commander Lines. Da sind halt die ganzen Lines drin. Von den Texten. Das Schöne ist. Dass in den Mod-Files Ordner Defaults Lines mit drin sind. Das heißt wir haben hier einmal die Lines von 1 bis 4. Können wir das vom Vergleich machen. Und 5 bis 6. Und wie ihr sehen würdet. Warum hier zwei verschiedene Lines sind. Die sind unterschiedlich. Guck dir mal das hier an. Das ist unterschiedlich zu das hier. Es gibt halt wie gesagt. Einmal die KIs 5 bis 6. Und 1 bis 4. Also Ratte. Schlange. Schwein. Und Wolf. Unterschiedliche Lines. Und ihr seht ja auch genau. Welche Sprachdatei das ist. Das ist absolut korrekt. Habe ich nochmal überprüfen lassen. Cool. Also was machen wir. Wir kopieren das einfach. Cool. Das ist doch alles schon vorgegeben. Fügen es ein. Das sieht schon mal nice aus. Gehen in den Lines rein. Gut. Jetzt habt ihr natürlich eure eigenen Lines. Für mich ist es einfacher. Denn hier sind nochmal die Botlines drin. Von den einzelnen. Äh. KIs. Ach sorry. Das war das Falsche. Ich wollte die Crusader TXT öffnen. Jetzt hat es gesagt. Die Standard Crusader TXT ist immer mit dabei. Für. Ja. Wenn ich was brauche. Und jetzt suche ich mir mal den Richard raus. Zeige euch mal kurz wie das geht. Nur gucken wir erst wo der erste Richard ist. Der erste Richard ist hier. Kopieren wir. Fügen das hier ein. Aber ich merke gerade. Ich sollte es vielleicht woanders öffnen. Gehen zum nächsten Richard. Wie gesagt. Ich habe es hier alles vorgegeben. Was ihr habt. Ähm. Hier. Gehen zur Botbeschreibung. Also 1, 2, 3, 4. Das müsste es sein. Einfach Copy, Paste. Wer ist es gar nicht. Und ich kann jetzt halt nach unten gehen. Da müsst ihr natürlich dann mit den Texten gucken. Ihr werdet natürlich eure eigenen Texte ausdecken. Ich nehme jetzt einfach nur als Beispiel den Vanilla-Charakter. Richard und formatieren einfach nur um. Um einfach mal zu sehen wie man es macht. Wie man es machen kann. So aus dem Mod-Paket. So. Ist Friedrich. Genau. Kopieren wir das. Und fügen das hier einfach ein. Und das salven wir natürlich. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Jetzt haben wir hier die Lines 5 bis 16. Jetzt gucken wir mal. Wie die Bots. heißen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den. Keine Ahnung. Den. Commander mir anschaue. Guckt mir seine Lines an. Also heißen es ja Commander-Unterschied-Lines. Das schreibe ich jetzt hier hin. Richard-Unterschied-Lines. Ist eigentlich relativ simpel. Ich meine, ihr müsst einfach das machen, was hier ist. Weil er sucht halt die Dateinamen aus. So. Und jetzt seht ihr diese Datei. Diese Datei ist extrem wichtig. Denn hier entscheidet ihr, welche zwei Buchstaben ihr vergebt. Weil die zwei Buchstaben ist das, worauf das System rausguckt. Deswegen sind auch die Binks mit zwei Buchstaben angegeben. Die Speeches. Bis auf die IV. Die ist der Name. So. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich. Hm. Was passiert, wenn es überlappt? Ideale Lösung. Und zwar. Wir haben hier einmal hier einen Dropbox-Order, wo die ganzen Cases so weit drin sind. Der Richard fehlt jetzt noch. Und eine sogenannte Kürzeliste. Wollen wir mal kurz gucken. Reload das mal. So. Hier seht ihr eine Kürzeliste. Von AA bis. Äh. Will ich jetzt nicht. Bis ZZ. Und hier seht ihr, dass einige KIs schon eingetragen sind. Das machen übrigens X, Kara und ich. Und da seht ihr halt, was schon vergeben ist als Buchstabe. BH zum Beispiel Bischof. BK für Bad Knight. CA für Kalif. Ein Firefly. Da steht drinnen mal der Ersteller. KI nach Deutsch. KI nach Englisch. Das sieht doch nicht so viel eingetragen aus. Ein paar Sachen sind definitiv zu schnell. Halt auf Blatt habe ich auch schon abgeändert. Commander und so weiter. So. Da könnt ihr euch hier einfach einen Namen aussuchen. Ist doch cool. Ein paar Sachen sind schon festgelegt. Und einfach Modder einfach schneller waren. Und halt wer schneller ist, der kennt natürlich auch den Spot. Logisch. Für irgendwann ist es natürlich so komisch. Dann ist der komische Name wie mit VR oder VQ und so weiter. Ja. Das muss man einfach wissen. Das machen wir jetzt einmal so. Genau. Wenn ihr es installiert. Na, komm ich gleich zum Installieren. Also. Wir brauchen jetzt erstmal so eine TXT-Datei. So. Also. Erstellen wir einfach neue TXT-Datei. Da könnt ihr einfach hier Editor eingeben. Also Notepad. So. Oder wie ich das ganz gerne mache. Einfach rechtsklick. Neu. Und dann Textdokument. Und das nennen wir jetzt einfach Richard. Einfach. Wie das hier heißt. Richard. TXT. Da trage ich jetzt ein. Ammer. R.I. Weil das hier abkürzt sind. Und der Name Richard. Und das Programm weiß. Aha. Nach was muss ich eigentlich suchen? Saven. Saven. So. Jetzt sieht das hier genauso aus wie hier. Cool. Also. Nehmen wir jetzt den Richard. Gehen in unser Setup rein. Wo die ganzen Mods dritte sind. Ich muss kurz gucken. Genau. Das ist jetzt in dem Fall. Dieses Setup hier. Mit dem NPC Changer. Den Commander brauche ich jetzt. Aber vielleicht spielen wir doch mal. Falls irgendein Fehler passiert ist. Kann trotzdem sein. Dass irgendein Fehler passiert ist. Wer nicht so ungewöhnlich ist. Ah. Warum muss ich gleich was machen. Gehen halt hier rein. In Bots. Und fügen das hier ein. Jetzt haben wir hier Richard. Bots. Gut. Jetzt müsste aber noch was eingehen. Ob ich das Patch das überhaupt anzeigt. Und zwar gibt es einmal die Botlist 1.4. Dem Fall ist da Pontifex drinne. Und die Botc 5 bis 16. Richard ist hier schon drinne. Weil ich wie gesagt schon mal ein Video aufgenommen habe. Jetzt müsste ich hier halt in dieser Liste Richard eintragen. Oder halt eine andere KI. Das müsst ihr selber machen. Das ist nicht vorgegeben. Nur halt so ein paar Standardsachen wie. Die beiden sind vorgegeben. Ja. Der Rest war halt nicht vorgegeben. Und halt Pontifex. Wenn ihr es runterlädt. So ein paar KIs. Damit ihr ein bisschen rumspielen könnt. Genau. Mit dieser Bosslöße wird geguckt. Wer Richard eigentlich ist. Da wird das zugewiesen. Und wenn jetzt ein Fehler passiert. Da passiert etwas. Ich starte jetzt einfach mal den AI Changer. Ah ja. Vorher. Wichtig. Bevor ihr den AI Changer startet. Müsst ihr erstmal einmal den Patch drüber bügeln. Das machen wir einmal ganz kurz. Nur mal so als Beispiel. Mit ihr wisst. Was man alles tun muss. Patchen wir das mal drüber bügeln. Zack. Weht eure Sachen aus. Weht eine AEC aus. Die 16 Charaktere hat. In dem Fall ist ja die hier. Die ich habe. Weht irgendwelche AIVs aus. Ich habe jetzt Carlos Efficient Castles genommen. So geht das Ganze. Nice. Cool. Drauf. So. Jetzt installiert ihr den SHCAI Changer. Die der Version 1.4. 3.0. 3.0. Gut. Ich habe jetzt auch nichts geändert. Wordliste geladen. So seht ihr habt schon den Commander mal installiert. Wenn ihr auf Zurücksetzen klickt. Wird alles sofort zurückgesetzt. Wichtig für euch. Dateipersonen einlesen. Blablabla. So. Jetzt will ich meinen Richard ganz kurz wählen. Und ich hoffe es klappt. Wenn es nicht klappt. Habe ich irgendwas falsch gemacht. So. Gucken wir mal eins kurz drauf. Okay. Sieht gut aus. Okay. Ist installiert. Richard ist drauf. Nice. So. Das heißt also. Ihr habt hier keine Probleme. So. Wichtig ist einfach nur. Ups. Das war jetzt falsch. Wichtig ist einfach nur. Wenn ihr hier in die Mod-Files reingeht. Mod-Files werden auch nur genommen. Die halt hier drin sind. Das heißt. Diese Liste wird jetzt genommen. Diese KIs werden angezeigt. Okay. Ich glaube das ist aber denke ich relativ klar. Falls ihr Probleme mit AICs und Troops habt. Hier ist eine Default-Troop-Datei. Die sieht wie folgt aus. Da könnt ihr alles eintragen was ihr wollt. Sozusagen. Falls ihr irgendwelche Fehler habt. Die ist korrekt. Hier steht nur drin was ihr eintragen müsst. Was Quatsch ist. Ist das hier. Ihr könnt auch 200 oder 300 eintragen. Ist die Frage. Wie stark eure Leute halt werden sollen. Kann man machen. Ich habe 10 eingetragen beim Commander. Das geht. Und das gleiche ist bei der AIC. Das ist halt auch vorgegeben. Das heißt. Damit ihr wirklich. Simpeln Einstieg hat. Das ist so eine Default-AIC. Die ich immer verwende. Da sind zum Beispiel. Ein paar Sachen einfach mal drinnen. Einfach ein paar Standardsachen. Default. Ist nichts Spannendes. Aber sogar von seiner KI oder so. Ich habe eine andere Default sehe ich gerade. So damit eine AIC drin ist. Die funktioniert. Da steht drin welchen Bot ihr angeben wollt. Richard und so weiter. Blablabla. Ist eigentlich egal. Hauptsache ihr gebt ein Bot an. Richtig geschrieben. Und halt Custom Name. Könnt ihr halt dazu geben. So falls ihr irgendwelche Probleme habt. Jetzt installieren wir aber noch ein paar weitere KIs. Ah ja. Sorry. Ich habe was vor übersehen. Bevor ihr den Patch drauf spielt. Müsst ihr einmal diesen Button drücken. Und jetzt sagt er so. Es geht nicht. Blablabla. Weil ich hatte das zurück. Also nochmal zurück setzen. Mal nochmal hier. Jetzt erstmal bevor ihr sozusagen. Irgendwas macht. Dateipositionen immer einlesen. Das ist ein bisschen nervig. Dass der Prozess gemacht wird. Ich hoffe das wird irgendwann gefixt. Dass man das nicht mehr tun muss. Und automatisch passiert. Jetzt klicken wir ja was ich auf Richard. Und installieren jetzt einfach den Sultan. Cool. So. Ja. Ingame-Bilder. Nochmal ganz kurz dazu. Ingame-Bilder sind halt. Und diese hier. Das und diese hier. Und das sind die Ingame-Bilder. Die halt hier. Hier im Patcher angezeigt werden. Wie ihr seht. Wenn ich jetzt zum Beispiel was ich mit Udwin auswähle. Dann seht ihr hier ein. Hier. Das Bild hier. Ich mach mir. I don't care. Also. Ihr könnt jetzt auch gerne auch die Mühe machen. Und da diesen Hintergrund machen. Es ist mir egal. Weil es nur auf dem Patcher ist. Mich interessiert es nicht. Mich interessiert wie es ingame aussieht. Jetzt haben wir mal so ein paar KIs drin. Komm. Gehen wir die Commander noch rauf. Auf hier. Canif. Und. Weil es so schön ist. Machen wir noch eine Botliste wechseln. Dann hat man nämlich die 1. Die Version. Also die Botliste 1 bis 4. Und pack nochmal ein Pontifex hier auf Person 2 drauf. Nice. Warte. Ich hab grad irgendwas gemacht. Manchmal stürzt das Ding eben ab. Nice. Geistert. Ah. Ich hab grad nicht irgendwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Nice. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil dieses Ding. Das ist halt noch nicht. Es funktioniert ganz gut mit den KIs, die da sind. Eigentlich. Kann sein, dass ich irgendwas aussehen verändert habe hier. Wollen wir uns nachgucken. Nö. Sollte soweit alles korrekt sein. So. Starten wir nochmal. Verzeihung. Das passiert immer mal wieder. Muss mal ein bisschen Gefühl für entwickeln. Und probier's nochmal aus. Äh. Naja gut. Wollt jetzt wechseln. Pontifex. Und Slay nochmal. So. Also. Irgendwas stimmt grad hier nicht. Ähm. Ähm. Nice. Taum nach oben dafür. Ähm. Keine Ahnung. Es gibt manchmal halt so Probleme, die... Ich nicht verstehe. Oh. Oh. Anscheinend ist das wohl schon in Benutzung. Ha. Cool. Ähm. Onscreen. Auf jeden Fall, um es kurz zu fassen. So hättet ihr euch eure KIs. Na. Ich kann da ganz normal zurücksetzen. Da müsste das glaube ich jetzt gehen. Hoffentlich. Nehme Richard hier drauf. Spiel ihn drauf. Zack. Zack. Fertig. Oh. Sorry. Das hätt ich vorher machen müssen. Egal. Bordliste wechseln. Pontifex. So. Jetzt plötzlich funktioniert er. Irgendwie. Manchmal. Keine Ahnung. Wie gesagt. Jetzt ist Pontifex drauf. Okay. Egal. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Gut. Also auch ich mach Fehler. Passieren. Zurücksetzen ist bei mir der beste Button. Weil ich hab damit vorher schon rumgespielt. Bei euch wird das nicht passieren, weil ihr eine komplett neue Version habt. Einfach Brotzuzeichen hinzufügt. So. Das ist jetzt für euch. Der Rest ist hiervon nicht so interessant. Schließen wir das Ganze. Jetzt starten wir direkt das Spiel. Das heißt, wir können direkt hier reingehen. Natürlich das Spiel. Und starten es. Starten. Danke. Oh. Und. Ja. Ich sehe gerade. Der Ton ist aus. Ganz kurz was changen. Beste Vorbereitung hier. EU West. Ihr seid hier. Auf Xander. Yeah. Geil. Auf Xander sind einfach das Kanal. Ich sehe Professionalität ist einfach da. Spaß. Also. So. Greenheaven anlockt. Wählt euren Gegner. Oh. Zweimal in Richard. Woo. Ich sehe jetzt so ein komisches A. Alles was mit irgendwelchen komischen Buchstaben ist. Wird merkwürdigerweise dann verändert. Der Modder. Also großer Bau hat gesagt. Nur verschickt es einfach zu ihm. Er ändert das für euch. Mit so einem Hex Editor. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch gefixt. Aber die Sprüche. Guter Plan. Sind da. Guter Plan. Nur manchmal halt komischerweise nicht die richtigen Sachen. Aber das kann man fixen. Jetzt gucken wir uns kurz, ob das der richtige Richard ist. Na, die Ose voll. Das ist jetzt ja Default Richard. Sie müssen beides die gleiche Burg aufbauen. Nice. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Der Modder. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Egal. Lass ihn einfach laufen. Lass ihn kratschen. So. Und jetzt funktioniert das so weit. Das trifft mir ganz gut aus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So ändert ihr eure KIs in dieses Format. Also funktioniert cool. Ihr möchtet euch zurückziehen, mein Lord. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die ihr halt wissen müsst zum NPC-Changer. Und wie ihr gesehen habt, das Ding ist eben noch nicht zu 100% Bug-frei. Und selbst ich hatte meine Probleme mit dem mit. Deswegen ist zurückgesetzt in euer bester Button. Sozusagen, wenn ihr irgendwie Fehler macht. Doch das Schöne ist einfach, wenn ich das Ding so cool finde, ist einfach, dass ihr hier auswägen könnt und einfach installieren könnt. Irgendeine Position. Da könnt ihr total eure eigenen Setups bauen. Und das ist halt ziemlich geil und einmalig. Und ich hatte jetzt, glaube ich, alles erwähnt gehabt. Nochmal ganz kurz für euch. Achtet drauf, wenn ich jetzt den Richard irgendwie zur Hand habe. Bots Richard. Das einfach bei der AIC. Also die Jason, die muss auch so heißen. Genauso wie es hier halt ist. Genau wie alle anderen KIs. Könnt ihr dazu mal nachschauen. Das hat die Jason wirklich nur die Jason beinhaltet. Weil sonst können Fehler auftreten. Dann sagt das Ding irgendwie, keine Ahnung, ich akzeptiere die Jason nicht, weil irgendwas nicht erkannt wird oder so. Keine Ahnung. Kann ja passieren. Richard trubst halt genau das Gleiche. Achtet ein bisschen drauf. Eine Sache noch, die hatte ich bei der Vergessen. Ist ein bisschen dämlich gemacht. Aber das Ding liest halt die Zeilen ein. Also Zeilennummern. Und deswegen muss hier so eine Lücke zwischen sein. Sieht so cool aus, ne? So eine Lücke. Aber so wird er es zum Beispiel nicht richtig einlesen können. Lass einfach eine Lücke dazwischen. Alles ist gut. So, dann passt das. Ja, wenn ihr irgendwelche Probleme oder irgendwelche Fragen noch zusätzlich habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und würde ich sagen, ich bin raus. Ist sogar kürzer geworden als das letzte Video. Vielleicht schneiden noch die Fails raus. Je nachdem. Wird ihr dann sehen. Und ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Und ja, bis dann. Ciao.